Heute sage ich euch endlich meine Meinung zum neuen Meta-Headset, nämlich der Meta-Quest 3. Ich hatte jetzt fast eine Woche die Möglichkeit, das Ding dann auf Herz und Nieren zu testen, zu spielen, mir das Ding vernünftig anzuschauen. Ich habe natürlich auch andere Reviews mir angeschaut oder durchgelesen. Ich habe mit der Community gesprochen, habe auf das eine oder andere geachtet und all das fließt natürlich jetzt hier in meine Meinung mit ein. Die zweite Frage ist natürlich, wo komme ich her? Was habe ich das letzte Jahr genutzt? Wenn man natürlich jetzt nur von der Quest 2 kommt und dann direkt die Quest 3 sich auf die Nase setzt oder so wie ich, der schon ein Jahr lang mit einer Pico 4 unterwegs ist, die schon die eine oder andere technische Spezifikation der Quest 3 hatte. Ja, all das fließt natürlich mit ein. Ich habe euch das Ganze ein bisschen unterteilt, also wenn euch nachher der Vergleich zu Pico 4 nicht interessiert, dann skippt das einfach. Wenn euch der Vergleich zu Quest 2 nicht interessiert, also nur meine Meinung, auch das könnt ihr natürlich skippen. Ich habe das aber alles in ein Video untergebracht, damit ich jetzt nicht hier irgendwie 4, 5 Videos rausschmeißen muss und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Hier ist sie nun, die Quest 3. Die kleine Version habe ich mir gegönnt mit 128 GB für 549 Euro und die große Version mit 512 GB, das sollte mittlerweile bekannt sein, kostet 699 Euro, also 150 Euro mehr. Ja, der Speicher, das ist so eine Sache, das ging schon ganz schön rund. Alle wollten die große Version haben, die teilweise nicht erhältlich ist und ich finde auch diesen Cut zwischen 128 und 512, ja direkt zum Anfang mal ein bisschen meh. Also da hätte ich mir 256 zu 512 GB gewünscht, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig. Geliefert wird das Ding mit diesem Standard Headstrap, der jetzt neu ist, der ist hinten geteilt, ja. Soll besser sitzen wie der ursprüngliche Headstrap der Quest 2, aber da sage ich später noch was zu. Ansonsten haben wir natürlich wieder eine Facemask dabei, die leider nicht PU-Schaum ist, also Kunstleder. Das ist ein Stoff, der ziemlich rau ist und auch im Gesicht so ein bisschen, ja man kann ihn merken, ist so ein bisschen wie von der Pico, die haben das ja auch gemacht, finde ich jetzt nicht so den Kracher, muss ich ganz ehrlich sagen, saugt sich natürlich auch voll, wenn ihr damit Sport macht. Was natürlich auffällt gegenüber der Quest 2 direkt, das sind hier vorne die Sensoren, beziehungsweise Kameras, es sind Tiefensensoren drin, diese drei Koala-Augen hier. Ja, das hat man im Vorfeld schon gesehen, also die sind jetzt vorne so verbaut, sieht wirklich ein bisschen aus wie so ein Koala-Bär, ne. Das Ding ist natürlich um einiges dünner wegen den Pancake-Linsen, ja, aber vom Gewicht ist es sogar nur so ein bisschen, ne, ein paar Krämmchen schwerer wie die Quest 2. Das liegt daran, dass der Akku größer ist, weil er jetzt mehr Sensoren, ja, befüttern muss, ne, höhere Auflösung hat das Ding auch und so weiter. Und dadurch ist es ein klein bisschen schwerer wie die Quest 2, aber weil das Ding jetzt nicht mehr so breit ist, ähm, fühlt man das vorne im Gesicht, ja, es ist nicht mehr ganz so frontlastig, ja, aber es ist natürlich immer noch Gewicht, was man vorne hat, gerade mit diesem Headstrap, aber da möchte ich dann auch später noch was zu sagen. Ansonsten haben wir natürlich ganz normal die Anschlüsse USB-C, diesmal ist es hiermit integriert in diesem Steg, also nicht mehr am Headset selber, auf der anderen Seite habt ihr die Klinke auch hier in dem Steg integriert. Lautsprecher habt ihr hier oben, ja, die sind besser wie vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man nutzen, aber immer noch besser natürlich Kopfhörer, ja, Kopfhörer ist natürlich das A und O, aber wenn man keine hat, kann man das gerne machen. So, dann haben wir hier natürlich noch Kameras, ne, eine, ne, unten haben wir auch noch so ein bisschen was. Hier haben wir den Anschluss für die Dockingstation, dann könnt ihr das Ding immer schön aufladen. Hier könnt ihr den IPD-Wert jetzt einstellen, es sind zwei Linsen verbaut, ja, also zwei Displays, nicht zwei Linsen, zwei Displays und hier könnt ihr laut und leise machen. Ja, und einschalten dürft ihr das Ding hier an der Seite, das gibt es natürlich auch noch, ganz, ganz klar. Und ansonsten war es das schon. Also das ist im Karton drin. Wie gesagt, Auflösung ist wirklich gut, die ist sehr viel höher und die Pancake-Linsen natürlich auch mega, ein super tolles Field of View, also bis zum Rand ist wirklich auch alles relativ klar, muss ich sagen. Das Bild selber finde ich mega, also es ist wirklich kristallklar, man sieht fast gar kein Fliegengitter mehr, außer wenn man natürlich jetzt so weiße Schrift hat, ne, auf schwarzem Hintergrund, ihr kennt das, dann sieht man das noch so ganz, ganz leicht. Ja, Kontrastfarben finde ich echt mega, ja, wenn ich im Home-Menü bin, richtig, richtig toll und die Einrichtung via App geht auch total problemlos, muss ich sagen und als ich die Quest 3 eingerichtet habe, hat es sogar erkannt, was ich noch auf der Quest 2 drauf hatte und hat mir vorgeschlagen, diese Spiele-Apps gleich hier drauf installieren zu können. Ja, ich habe es nicht gemacht, aber kann man dann, gibt es so eine Liste, dann könnte er sagen, hey, ich schaufel mir die Dinger gleich rüber. Ja, also die Einrichtung ging wirklich phänomenal und ich muss sagen, so der erste Eindruck, wenn man das Ding in der Hand hält, wirklich super, alles wertig. Ja, der Headstrap, okay, da kommen wir gleich noch zu, wie gesagt, aber da kann man nicht meckern. So, das war, wie gesagt, so der erste kleine Eindruck, das, was das Ding mitbringt und ich würde sagen, wir machen weiter mit den Controllern. Hier sind sie, die neuen Controller und wie ihr seht, keine Ringe mehr und die sind wirklich bombastisch, ja. Also ich muss sagen, von der Haptik und so und hier vom Gefühl, wenn man die in der Hand hält, das ist wirklich mega, gefällt mir super, super gut. Es ist eine Mischung aus Hand-Tracking und dem klassischen Tracking von den Controllern, ja. Also hier sind immer noch diese kleinen Lichtpunkte drin, aber es wird auch gleichzeitig Hand-Tracking genutzt. Und das funktioniert wunderbar, wunderbar. Das war ja im Vorfeld so eine Geschichte, wo man sagte, hey, funktioniert das? Aber ganz ehrlich, also ich habe mir da keine Sorgen gemacht, also Meta wird kein Headset auf den Markt schmeißen, wo das Tracking der Controller nicht funktioniert. Der Clou ist, ihr könnt die Dinger induktiv auch laden mit der Ladestation für 150 Euro. Aber da komme ich natürlich auch nochmal später darauf zu, auf das Zubehör. Also die Controller sind für mich persönlich, das möchte ich jetzt schon mal vorwegnehmen, echt, ja, das Highlight dieser ganzen Geschichte, weil sie sind wirklich mega, die möchte ich nicht mehr missen. Wirklich super, super toll. Druckpunkte, alles super, wie man das kennt. Ihr habt wieder die Oculus-Taste natürlich oder Meta-Taste jetzt, es ist ein Meta-Zeichen drauf, nicht mehr das Oculus-Zeichen und natürlich auch die Menü-Taste. Also es ist praktisch 1 zu 1 wie vorher, nur halt ohne die Ringe. Also hier super gute Hausaufgaben gemacht, Meta muss ich sagen, mega spitzen Controller. Ja, jetzt habe ich die Quest auf, seht ihr, ne. Und ich benutze das deswegen, weil ich jetzt gerade das Pass-Through benutze. Also jetzt aktuell, wo ich das hier aufnehme, habe ich das Pass-Through an. Das heißt, ich habe jetzt die farbige Durchsicht, ich kann mir das anschauen. Und das war natürlich oder ist das große Thema der Quest 3 Mixed Reality. Damit wird sie auch beworben mit wunderschönen Trailern und so weiter. Viele haben es schon genutzt. Ich habe schon sehr viele Videos gesehen, wo Leute Synth Riders zocken, wenn dann so ein Loch in der Wand ist, ne. Kommen dann die Kugeln auf einen zugeflogenen. Swill of the Fight nutzt das Ganze, um zum Beispiel den Kämpfer in euer Wohnzimmer oder in eure Küche, Schlafzimmer und sonst wo zu transportieren. Forever We Are Bowling habe ich gesehen. Da hat sich jemand die Bowlingbahn in den Garten reingestampft. Ja, das geht jetzt alles. Wie es auch virtuelles Kino mit einer Leinwand in der Umgebung geht. Ja, wie gesagt, die Videos, die ihr alle auf YouTube seht mit dem Pass-Through, die sehen besser aus als das, was ihr unter der Brille dann zu Gesicht bekommt. Das muss man einfach sagen. Also diesen Griesel, den man teilweise hat, den habe ich jetzt auch, ist aber, weil ich jetzt ja kein Tageslicht habe. Ich habe zwei Studiolampen vor mir und hier oben an der Decke eine große runde LED-Lampe, so ein UFO. Und trotzdem habe ich hier unheimlich viel Griesel, muss ich sagen. Ja, wenn man jetzt Spiele damit spielt in Mixed Reality, dann fällt das nicht mehr ganz so auf, weil man sich ja auf das Spiel vor sich konzentriert. Das ist ja in Rituality genauso. Also das Drumherum nimmt man nur noch so wahr. Ihr wisst natürlich, die meinen Kanal hier verfolgt haben, ich bin nicht so der Mega-Fan von Mixed Reality. Ich muss aber dazu sagen, die Technik dahinter, die hat mich schon beeindruckt. Das Ding hat ja einen Tiefensensor, das heißt, wenn ich mir jetzt hier meine Hände anschaue, dann sind sie wirklich, ja, in der Originalgröße. Das ist bei der Pico 4 zum Beispiel nicht so. Die hat keinen Tiefensensor, da habe ich so Gorilla-Pranken und alles wirkt so ein bisschen platt, ja. Also der Tiefensensor macht hier schon einen coolen 3D-Effekt, hat aber auch den Nachteil, wenn ich was nah vor mir halte, zum Beispiel mein Handy, dann wabbelt das so ein bisschen. Das habe ich bei der Pico 4 zum Beispiel nicht, ja. Aber dafür ist das Handy ein bisschen größer. Ablesen kann ich auf beiden Geräten mein Handy. Was ich bei der Quest 3 sehr gut machen kann, ist zum Beispiel, wenn ich ein DIN A4-Blatt habe mit schwarzer Schrift drauf. Ich habe das mal probiert, habe ich so vorgehalten. Das konnte ich Ast reinlesen, das war gar kein Problem. Alles, was so ein bisschen weiter weg ist, da wird es dann ein bisschen schwieriger mieten lesen, ja. Aber wenn ihr natürlich das Licht verbessert, also Tageslicht, ja, das Ganze ist hier sehr, sehr lichtabhängig, dann wird das natürlich auch besser. Also ihr könnt ein PC bedienen, ja, mal mehr besser, mal schlechter. Das kommt immer so drauf an, auf die Lichtverhältnisse, was auf dem Bildschirm gerade gezeigt wird, aber es funktioniert. Ja, das Mixed Reality, da ist ja so ein Spiel über dieses First Encounters, das habe ich ausprobiert. Und was mir da wirklich aufgefallen ist, ist das Raumscanning. Also ihr müsst dann am Anfang euren ganzen Raum scannen und je peniblier oder je genauer ihr das macht, umso besser nachher das Erlebnis. Das heißt, wenn ihr sogar hinter Bildschirmen schaut oder hinter eure Kaffeemaschine oder was weiß ich, unter eurem Radiowecker, wenn ihr das gerade im Schlafzimmer macht oder was weiß ich, dann wird das alles ganz genau erfasst. Also dann wird dieser Gegenstand als Gegenstand erfasst und nicht nur die Wand als solches. Das Ganze geht phänomenal gut. Also ihr müsst dann wirklich nur rumschauen, ja. Die Wände werden zum Schluss erkannt. Also es hat wirklich wunderbar funktioniert. Und wenn ihr das Spiel dann startet, dann bricht ja oben in der Decke so ein Loch auf und das bleibt wirklich bombenfest an der Stelle. So ein Raumschiff ist dann bei mir ja auf den Tisch gelandet. Auch das war alles bombenfest. Also ich konnte den Kopf bewegen. Da ist nichts irgendwie hin und her gezuckert. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja und dann kann ich so Löcher in meine Wannen schießen. Das kennt ihr natürlich alle schon aus anderen Videos. Oder wenn ihr die Quest selber schnappt, habt ihr es wahrscheinlich schon ausprobiert. Und ja, also als erstes Erlebnis war das schon cool. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es holt mich jetzt nicht auf die Seite der Mixed Reality Fans. Das muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Weil es war für mich so eine kleine Spielerei, so ein Gadget. Und ich habe das mal ausprobiert und war eine coole Erfahrung. Also ich werde das Ding jetzt kein zweites Mal starten. Was die anderen Mixed Reality Spiele angeht, da bin ich immer noch so, dass ich sage, Synth Riders spiele ich lieber in der virtuellen Umgebung. Anstatt mir so ein Loch in die Wand zu donnern, wo dann die Kugeln mir entgegenkommen. Das Ganze liegt aber jetzt nicht nur daran, dass das Pass-Through nicht so mega super ist, wie in den Videos gezeigt oder in diesen Werbetrailern. Die sind ja sehr, sehr poliert, muss man sagen. Es liegt einfach daran, dass ich das nicht mag. Das bin ich ganz ehrlich. Selbst wenn das jetzt hier gestochen scharf wäre, würde ich das immer noch vorziehen, das Ganze in Virtuality zu machen. Mixed Reality hat natürlich den großen Vorteil, wenn ihr jetzt Haustiere habt. Oder ihr habt Kinder oder Freunde, Frau, Mann, keine Ahnung. Und ihr wollt die jetzt nicht umhauen, wenn ihr jetzt boxt. Oder ihr habt einen engen Raum, wollt nicht vorm Schrank donnern. Dann kann man das Ganze natürlich auch nutzen, damit man seine Umgebung beim Spielen sieht. Damit man Umfälle vermeiden kann. Das finde ich auch sinnig. Das ist auch völlig in Ordnung. Was ich auch ganz cool finde, ist dieses Home-Menü. Ja, ich habe jetzt hier gerade das Home-Menü vor mir. Und mit Mixed Reality gemixt. Das finde ich auch ganz okay. Daran könnte ich mich sogar gewöhnen. Da bin ich ganz ehrlich. Dann brauche ich den virtuellen Raum nicht mehr. Wenn ich Spiele starte und so weiter, dann sehe ich nochmal meine Umgebung, bevor es losgeht. Auch das finde ich relativ cool. Nur der Pass-Through selber ist doch relativ griselig. Also ihr dürftet hier kein 1080p HD-Bild wie vom Fernseher erwarten. Es hat so ein bisschen, ich sage mal von älteren Handys, diese Video-Qualität. Wie gesagt, das kann man erhöhen. Wenn man nach draußen geht, dann ist es viel, viel besser im Tageslicht. Aber da man ja sich meiste Zeit mit Kunstlicht in Räumen aufhält, fällt das Ganze dann doch schon auf. Kann man nutzen. Viele sind natürlich geflasht, weil die nur das Schwarz-Weiß-Pass-Through kennen von der Quest 2. Ich kenne das Pass-Through in Farbe schon circa ein Jahr von der Pico 4. Aber da komme ich dann gleich nochmal bei meinem Vergleich zu. Ja, wie gesagt, das ist schon erstaunlich, dass ich für das Geld so eine Qualität bekomme. Das möchte ich schon sagen. Aber das ist jetzt für mich jetzt nicht so eine Sache, wo ich sage, hey geil, Mixed Reality, das ist das nächste dicke Ding. Ja, muss man auch wie gesagt Fan von sein. Ich bin es nicht. Ich sehe das immer noch im produktiven Bereich. Wenn ich so eine Brille aufhabe und ich kann mir jetzt zum Beispiel an meine Wand einen Kalender donnern, einen zweiten Bildschirm, wenn ich arbeiten möchte oder mein E-Mail-Postfach und so weiter, dann finde ich das relativ sinnig. Die ganzen Spiele, die jetzt derzeit erschienen sind, sind für mich alles nur so nice to have, kleine Spiele rein. Aspire 2 macht so ein bisschen eine Ausnahme, muss ich sagen. Da kann man die ganze Wohnung einbinden, um dann ein bisschen Spaß zu haben. Alles andere ist aber sehr auf einen Raum beschränkt oder sehr viel ist auch mit diesem Loch in der Wand oder ich kann halt meine Wände zerschießen. Ja, so Puzzlespiele wie Cubism muss man die Mixed Reality spielen. Auch das ist wieder so eine persönliche Geschichte. Ich brauche es persönlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so kleine Rätselspiele in Mixed Reality zu zocken. Aber die Funktion ist, da ist wie gesagt nicht so mega wie auf den Videos dargestellt. Also die Erwartungshaltung, schraubt die bitte ein bisschen runter. Gerade bei den Meta-Trailern, die sind sehr, sehr poliert. Aber wenn auch andere YouTuber Videos aufnehmen, die Videoqualität, also was ihr da in dem Video seht, das ist definitiv besser als das, was ihr durch die Brille seht. Aber wie gesagt, für den Kurs von 549 Euro, wir gehen jetzt mal von der kleineren Version aus, ist das schon okay, was man hier bekommt. Und man muss halt nur, wie gesagt, mit der dementsprechenden Erwartungshaltung rangehen. Ja, wenn ich jetzt schon in Mixed Reality hier drin bin, habe ich natürlich auch Hand-Tracking. Und das funktioniert tausendmal besser als bei der Meta-Quest 2. Was auffällt, die Hand, die zieht unheimlich nach. Also ich habe hier so Doppelkonturen, wenn ich die Hand bewege in Mixed Reality. Das muss ich sagen, ist nicht ganz so schön. Eine künstliche Hand wird hier nochmal wie so eine Violette drübergelegt. Das passt sogar fast 100 Prozent, muss ich sagen. Und was noch nicht geht, ist dieses In-Deep. Ich glaube, so heißt es, ich möchte nichts Falsches erzählen. Das heißt, wenn ihr einen Gegenstand in Mixed Reality habt, zum Beispiel die Rakete, und ich mache meine Hand davor, dann verschwindet die dahinter. Aber Meta arbeitet schon daran, dass das demnächst auch richtig angezeigt wird. Das heißt, wenn ihr jetzt einen virtuellen Gegenstand auf euren Tisch stehen habt und habt dann die Hand davor, dann bleibt auch die Hand vor diesem virtuellen Gegenstand und wird nicht dahinter verschwinden. Ja, ansonsten, ich kann jetzt hier zum Beispiel meine Apple Watch lesen. Das funktioniert wunderbar. Sie wabbelt wieder so ein Büsche. So, ich versuche die jetzt mal zu entsperren. Also das funktioniert hier wunderbar. Ja, so kann ich hier alles lesen. Also ich habe hier meinen Discord zum Beispiel, ne? Und, ähm, also das funktioniert. Ich habe einen Anruf verpasst und hier habe ich was von X. Hier habe ich was von meinem, von NTV habe ich hier, ne? Eine Breaking News und YouTube-Tägliche Benachrichtigung. Also ich kann hier meine Apple Watch ohne Probleme lesen. Das funktioniert wunderbar. Jetzt ist Siri angegangen, soll es natürlich nicht. Ja, also das geht. Nur wie gesagt, schraubt eure Erwartungen so ein bisschen runter. Also für mich persönlich ist es immer noch zu wenig, um mich, ja, länger in Mixed Reality aufzuhalten. Dafür fehlt mir einfach noch so ein bisschen Kameraschärfe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer damit Spaß haben will, kann damit Spaß haben. Wer mal in Mixed Reality oder wer dabei sein möchte, wie das Ganze jetzt entsteht, kann das auch auf einem guten Niveau, sage ich jetzt mal, ja? Gut, Leute, das war das zu Mixed Reality. Also mich hat es, wie gesagt, nicht jetzt geflasht oder irgendwie so. Aber wo dann das liegt, das erzähle ich euch gleich noch. Kommen wir zum Zubehör. Ja, Meta schmeißt euch hier wirklich mit Zubehör zu, muss man sagen. Sei es eine Elite-Strap mit Batterie, ohne Batterie. Sei es die Ladestation. Sei es Knuckles, ne? Für die Controller, sei es eine Face-Mask, ne? Ja, all das gibt es jetzt von Meta und man muss es kaufen, teilweise, ja? Also das Elite-Strap ist wirklich schon Pflicht. Das Headstrap, was jetzt dabei ist, gefällt mir persönlich nicht ganz so gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich fand das von der Quest 2 doch irgendwie ein Quäntchen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich fühlt sich das immer so, als würde das so ein bisschen hochrutschen, als würde das so wegflutschen wollen, so wlupp, ne? Und dann fällt die Brille runter. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Es hält zwar, aber ich komme da nicht ganz so gut mit zurande. Also ein Elite-Strap, das kostet 80 Euro, müsst ihr eigentlich, wenn ihr das Originale haben wollt vom Meta, on top drauflegen. Wenn ihr noch mit Batterie haben wollt, dann 150 Euro. Also ihr merkt schon mit den 549 Euro, wenn ihr euch für die kleinste Version entscheidet, so wie ich, ja, kommt ihr nicht ganz so weit. Also die 80 Euro müssen on top. Die Ladestation, das ist eine freiwillige Geschichte. Die könnt ihr euch kaufen, dann könnt ihr die Meta Quest drauflegen, dann wird sie geladen. Rechts, links könnt ihr die Controller reinstecken. Es sind Akkus dabei. Ja, geliefert wird das Ganze mit normalen Batterien in den Controllern. Also die Akkus sind bei der Ladestation dabei. Kosten aber 150 Euro. Das ist aber keine Pflicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Die Face-Mask würde ich auf jeden Fall erneuern. Das ist nur so ein Stoff, der kratzt auch ein bisschen im Gesicht, der saugt sich voll. Der ist nicht wirklich toll, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Auch hier wird man natürlich dann nochmal zur Kasse gebeten. Das Ganze ist jetzt nicht so mega schlimm, aber wenn man vorher eine Quest 2 hatte, selbst dann muss man alles neu kaufen, weil es ist kein Zubehör kompatibel. Und das finde ich echt ein mega No-Go an der ganzen Geschichte. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schade. Warum kann man das Elite-Strap nicht benutzen von der Quest 2, wenn man das schon hat? Oder ein Bobo und so weiter. Nein, das geht nicht. Auch die Face-Mask müsst ihr komplett erneuern. Also hier darf kein Zubehör von vorher nochmal benutzt werden. Klar, Meta will Geld verdienen. Das kann ich auch verstehen. Die Brille ist subventioniert. Auch das kann ich alles verstehen. Aber es ist trotzdem kein fairer Zug dem Kunden gegenüber. Das finde ich nicht okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil viele Leute haben sehr viel Geld in Zubehör gesteckt und sie können sich jetzt alles neu kaufen. Finde ich nicht cool. Es gibt mittlerweile so ein paar Lösungen über 3D-Drucks, dass man altes Zubehör wieder irgendwie dran, ich sage jetzt mal, tüddeln kann. Ja, es ist ja irgendwo ein bisschen gebastelt, ein bisschen getüddelt. Ist natürlich jetzt auch nicht so im Sinne des Affin, dass ich kaufe mir ein neues Headset für 5,49 oder 6,99 und muss mir dann da was dran basteln. Finde ich jetzt auch nicht so. Aber die Möglichkeit gibt es, dann könnt ihr für kleineres Geld, aber ihr müsst trotzdem Geld in die Hand nehmen, falls ihr keinen 3D-Drucker habt, wieder euer altes Zubehör irgendwie dran tüddeln. Was mir aufgefallen ist, und das finde ich echt nochmal mega mäh, der Klinkenanschluss war bei der alten Quest 2 an der Seite. Und es gibt ja diesen Logitech-Kopfhörer, den habe ich, ja, der ist ja für das linke Ohr, das ist ja das Kabel ein bisschen kürzer und das für das rechte Ohr ist ja länger, weil ich das hier so drüber lege, ja. Und jetzt wollte ich das wieder benutzen, dabei ist mir das dann aufgefallen, man hat die Klinke jetzt auf der rechten Seite angebracht und dieser Kopfhörer funktioniert jetzt nicht mehr, weil das kurze Stück, also für links wäre jetzt hier und das für rechts wäre jetzt links, das längere Stück, ja. Jetzt haben mir Leute gesagt, ist doch egal, ob links oder rechts, nein, ist es nicht, weil es ist Stereo. Das heißt, wenn ich jetzt im Shooter bin und ich höre den Feind von rechts, kommt er aber von links. Also für mich ein absolutes No-Go, das geht nicht. Also selbst so banale Dinge wie extra angepasste Kopfhörer für die Quest 2 kann ich nicht mehr nutzen, weil man die Klinke jetzt auf der anderen Seite, ja, positioniert hat. Das finde ich absolut meh. Was ich auch ein bisschen bedenklich finde ist, wenn ich das jetzt hier bewege, ihr seht, der Anschluss, der geht hier mit, also der ist beweglich. Die Frage ist natürlich, wie lange macht er das mit? Ja, passiert irgendwann was mit den Kontakten hier drin? Bei der Klinke ist es dasselbe. Ich gehe mal davon aus, die Ingenieure haben sich dabei was gedacht, dass das lange genug hält. Man bewegt das Ding ja auch nicht jetzt ewig, jetzt hin und her, ganz, ganz klar. Also nicht jeder macht jetzt jeden Tag diesen hier. Aber wie gesagt, der Anschluss ist beweglich und ich hätte es besser gefunden, wenn man ihn wieder ins Gehäuse integriert hätte, genauso wie die Klinke. Dann hätte man natürlich hier kein Loch mehr gehabt, so wegen dem Zubehör, ihr wisst schon. Und der Steg ist auch nicht mehr so in der gleichen Länge vorhanden hier wie bei der Quest 2. Deswegen passt euer Zubehör nicht da dran. Ja, das finde ich so ein bisschen meh. Was auch noch meh ist an der Quest 3 ist das Mikro, weil das Gehäuse ist jetzt kleiner. Dadurch liegt es näher am Mund. Das Mikro ist näher am Mund und wenn ihr auspustet, soll es so ein Plopp-Geräusch geben. Das war schon bei der Quest Pro so. Meta hat das bis heute nicht gefixt. Das habe ich jetzt aber nur im Internet recherchiert. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Aber das Mikro wurde wirklich von sehr vielen YouTubern und auch vielen Webseiten, Magazinen als negativ kritisiert. Auch ihr habt mir das gesagt, dass das nicht so der Kracher ist. Also beim Mikrofon hat man einen Rückschritt gemacht. Vielleicht kann man es nochmal fixen, weil andere Headsets haben dieses Problem nicht, wenn sie näher am Mund liegen. Aber bei der Quest 3 ist es leider so. Ja, wie gesagt, hier nochmal das Headstrap. Das müsst ihr wirklich ersetzen. Also da müsst ihr ran, da müsst ihr nochmal 80 Euro in die Hand nehmen und hier dieses Stoff, diese Stoffmaske. Auch da müsst ihr leider nochmal, ja, an euer Portemonnaie. Das ist leider so. Das ist jetzt nicht die super Lösung. Was relativ nochmal cool ist, das muss ich sagen, auch wenn es jetzt nicht zum Thema passt, weil ich jetzt wieder viel gemeckert habe. Es gibt keinen Abstandshalter mehr für die Brille. Das könnt ihr jetzt hier drin einstellen in 1, 2, 3, 4 Stufen. Das finde ich wieder sehr, sehr cool, muss ich sagen. Weil man jetzt 4 Stufen hat. Also wenn man eine dünnere Brille hat, dann braucht man nicht ganz so weit weg. Also man ist nicht fixiert nur auf eine Größe wie diesen Abstandshalter. Man kann aber jetzt auch viel, viel weiter weg als wie mit diesem Abstandshalter. Also wie man gerne möchte. Aber ich habe es sogar schon von Leuten gehört, die gar keine Brille tragen. Aber sie müssen trotzdem eine Stufe oder zwei Stufen zurück, weil sie sonst mit der Nase hier vorschlagen oder halt die Wimpern oder Augenbrauen die Pancake-Linsen berühren. Aber das könnt ihr jetzt hier schön einstellen in 4 Stufen. Das finde ich eine coole Geschichte. Ja, ansonsten vom Zubehör und vom Mikro, das finde ich wie gesagt nicht so den Oberkracher. Ja, aber es gibt natürlich Schlimmeres. Ja, aber ich will natürlich nur darauf hinweisen, dass es so ist, wie es ist. So, und jetzt vergleichen wir das Ding mal, wenn ihr von einer Quest 2 kommt und euch eine Quest 3 gekauft habt. Ja, ihr habt jetzt jahrelang die Quest 2 genutzt, kauft euch jetzt die Quest 3, schaltet die ein und habt natürlich das erste Wow-Erlebnis. Und das ist der Pass-Through, weil der natürlich jetzt in Farbe ist und auch mit Tiefensensor in 3D. Ich möchte gerne darauf hinweisen. Und das ist natürlich ein Wow-Effekt, ganz klar, weil das sind wirklich Welten zwischen dem Schwarz-Weiß, ich kann fast nichts erkennen, Pass-Through, zu dem farbigen Pass-Through mit Tiefensensor, wo ich sogar meine Apple Watch ablesen kann, wo ich ein Handy ablesen kann. Ja, auch wenn es alles ein bisschen griselt, aber es sind natürlich Welten dazwischen. Da hat man den ersten Wow-Effekt. Dann schaut man in die Quest 3 rein, macht das Setup, was wie gesagt sehr, sehr gut funktioniert. Und dann sieht man wirklich das größere Field of View. Das ist wirklich sehr viel größer, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses kristallklare Bild im Home-Menü ist wirklich mega. Bis zu den Rändern ist das relativ scharf, muss ich sagen, richtig toll. Das Menü vor allem, wenn man das in klein macht von der Meta-Quest, wenn man da so richtig nah dran geht, das ist alles knack, bombenscharf. Also da kriegt man wirklich schon mal einen mega Wow-Effekt. Das Problem, also was heißt Problem, also was man aber sieht ist, es ist das gleiche Menü wie bei der Quest 2. Also es wurde 1 zu 1 übernommen, es hat sich nichts geändert. Und deswegen haben wahrscheinlich der ein oder andere gesagt, hey, es fühlt sich an wie eine Quest 2.5, weil es in vielen Sachen besser ist, aber es ist irgendwo das gleiche und das ist richtig. Man kann jetzt sagen, es ist eine Quest 2.5, weil es technisch viel, viel besser ist, aber das Innenleben ist irgendwie das gleiche und das ist mir auch so vorgekommen. Also die Quest 3 ist wie die Quest 2 nur in einem neuen Kleid, in einem technisch besseren Kleid, aber es wurden auch Fehler übernommen. Und da wäre ich jetzt zum Beispiel wieder bei meiner Aufnahme. Also wenn mein Kanal immer schön verfolgt hat, der weiß, dass ich die Quest immer als Arbeitsgerät gesehen habe, als YouTuber ganz klar. Und ich habe immer Probleme gehabt mit der Aufnahme, dass da mit den Sounds, also mit den Gameplay-Sounds Probleme waren. und ich habe jetzt was aufgenommen und auch hier sind wieder Probleme. Ich muss den Sound anpassen und so weiter. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass auch irgendwann wieder ein Gameplay-Video dabei sein wird, wo der Ton komplett stumm ist, also gar nicht vorhanden. Diesen Fehler habe ich auch sehr oft gehabt mit der Quest 2. Also wenn ich eine Aufnahme mache, fühlt es sich wirklich exakt so an wie bei der Quest 2, dass da irgendwas wieder nicht funktionieren kann. Es hat ja auch wie gesagt einmal schon nicht funktioniert, dass ich den Ton wieder komplett anpassen musste, musste ich wieder 20 Minuten rumschneiden. Also auch die alten Sachen, die in der Quest 2 Software waren, also Fehler oder Kleinigkeiten, wurden mit der Quest 3 einfach übernommen. Ja, dann hatte ich das Problem, dass ich jetzt ein Spiel, wie gesagt, aufgenommen habe. Ich hatte da so weißen Kriesel drin. Es hat das Spiel immer zerrissen, wenn ich den Kopf bewegt habe. Ich habe mittlerweile von jemandem gehört, der hat dasselbe Problem mit Indes gehabt. Vielen, vielen Dank für diese Info. Nach einem Neustart der Quest 3 war das dann wieder behoben. Also ihr seht, das ein oder andere Spiel kann bei einer Neuinstallation nicht direkt kompatibel sein. Deswegen einmal das Headset bitte neu starten, wenn da Probleme auftreten sollen. Bei Beat Server und Audica, was ich auch frisch installiert habe, da hat es sofort funktioniert. Da waren keine Fehler. Also ist das Ganze spielabhängig. Ja, wie gesagt, wenn man jetzt von der Quest 2 kommt, ist das natürlich ein mega Eindruck. Gar keine Frage. Auch die Controller sind viel, viel besser. Vorne das Gewicht ist zwar gleich, aber man hat eine andere Frontlast. Auch das fühlt sich besser an. Pancake-Linsen natürlich. Eine super mega Verbesserung. Kristallklares Bild. Größeres Field of View. Es ist alles fluffiger durch den neuen Prozessor, der sich natürlich in der Quest befindet. Die Generation 2. Gen 2 ist drin. Und das merkt man. Also das ganze Menü läuft viel, viel fluffiger. Da hakelt nichts mehr. Das war ja auch so ein Kritikpunkt bei der Quest 2 für mich. Und das macht jetzt auch wieder viel, viel mehr Spaß, sich durch das Menü zu wühlen. Aber wie gesagt, wenn ihr das einschaltet, das sieht wirklich original aus wie die Quest 2. Und deswegen hat der eine oder andere vielleicht mal gesagt, es ist eine Quest 2.5, keine Quest 3. Aber andere sagen natürlich, hey, das ist für mich die Quest 3. Das ist ein Burner. Das ist ein Hammer. Also rundum. Das Paket ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und ein Quest 2-User kommt auf jeden Fall auf seine Kosten, weil wirklich alles rundum erneuert worden ist. Und das auch sichtbar und auch praktisch und auch toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ein super geiles Upgrade zur Quest 2. Wie ist es aber, wenn ich jetzt ein Jahr lang schon das ein oder andere Technische mitgenommen habe mit der Pico 4? Das schaue ich mir natürlich jetzt auch noch an. Ja, da ist sie, meine Pico 4. Ja, sie muss einmal in diesem Video natürlich vorkommen, weil ich sie natürlich vergleichen möchte. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das Ding vor einem Jahr bekommen habe, habe ich diesen Wow-Effekt gehabt, den die Quest 2-User jetzt haben mit der Quest 3, wie ich es im Vorfeld erzählt habe. Ich habe das Ding eingeschaut und hatte einen farbigen Pass-Through, konnte meine Uhr lesen, mein Handy. Wow, ich konnte direkt Aufnahmen machen und konnte gucken, ja, leuchtet der Aufnahmepunkt und so weiter. Ja, das war natürlich schon sehr, sehr geil. Mixed Reality gab es da noch nicht. Mittlerweile gibt es auch hier so ein paar Mixed Reality Anwendungen, die natürlich mit der Quest 3 nicht mithalten können. Das will ich auch nicht schönreden. Aber ich hatte hier meinen Pass-Through-Wow-Effekt und habe das Ding dann natürlich auch erstmal ein bisschen genutzt für den Pass-Through. Aber das hat sich dann irgendwann bei mir auch gelegt und ich nutze das Ding eigentlich nur noch, ja, wenn ich es aufsetze, ich kann die Controller direkt vom Tisch nehmen, also ich muss da nicht suchen mit so einem schwarzen Pass-Through, wo ich nichts sehe, ne. Kann meine Kamera noch einstellen, kann den PC bedienen und so weiter. Das nutze ich wohl, aber Mixed Reality nutze ich nicht mehr damit. Aber da hatte ich natürlich meinen Wow-Effekt. Den zweiten Wow-Effekt hatte ich natürlich mit den Pancake-Linsen, mit dem großen Field of View, mit dem scharfen Bild und so weiter. Und den hat man natürlich jetzt auch mit der Quest 3, wenn man von der Quest 2 kommt. Den hatte ich jetzt aber nicht mehr. Weil ich kannte es schon. Es ist, wie gesagt, auf der Quest 3 alles ein bisschen besser. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Bild ist klarer auf der Quest 3. Field of View tut sich eigentlich nicht viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Farbenkontrast finde ich auch besser bei der Quest 3 und das Pass-Through ist, ja, besser und auch hier und da ein bisschen schlechter. Ja, das liegt aber daran, hier habe ich keinen Tiefensensor drin in der Pico 4. Und ich habe mich so Gorilla-Pranke, die glaube ich schon erzählt. Aber das Ganze ist nicht so überschärft. Der Pass-Through von der Quest 3 ist ein bisschen überschärft, finde ich. Es sind bessere Farben, besserer Kontrast, gar keine Frage. Ich habe einen Tiefeneffekt. Aber hier, das Ganze ist nicht so mega überschärft. Es ist auch griselig, keine Frage. Aber das Bild ist ruhiger, ja, beim Pass-Through bei der Pico 4. Also was die Ruhe angeht, ist die Pico 4 beim Pass-Through meiner Meinung nach besser. Was das große Ganze angeht, Farbe, Kontrast, Schärfe und so weiter, ist die Quest 3 wieder besser. Plus natürlich den Tiefensensor, keine Frage. Aber ich habe so einen ähnlichen Pass-Through dann halt schon mal erleben dürfen. Ja, wie gesagt, Linsen tut sich nicht ganz so viel zwischen die Quest 3 und auch der Pico 4. Und die Auflösung ist auch relativ gleich. Also das kannte ich alles schon. Und deswegen hatte ich da keinen Wow-Effekt. Da habe ich genau das bekommen, was ich auch erwartet habe. Das Problem ist jetzt einfach nur, das Ding kostet, so wie es ist, 399 bei 128 GB Speicher. Das ist die größere Version. Aber wenn ihr die kleinere jetzt auch kaufen wolltet, dann werdet ihr bei 399 Euro. Gegenüber der Quest 3 mit 549 Euro. Hier habe ich den Elite-Strap aber schon mit dran, weil der Akku hinten verbaut ist. Jetzt sagt der eine oder andere, hey, ich will den nicht hinten haben, ich will ja modden. Alles gut, bin ich voll bei euch. Das könnt ihr natürlich hier nicht machen. Aber ich muss mir den Elite-Strap nicht mehr kaufen, der ist dabei. Also müsste ich ja fairerweise sagen, wenn ich mir den günstigen holt für 80 Euro, als Original-Formeter, dann muss ich das nochmal on top rechnen bei der Quest 3. Und dann wird natürlich die Preisspanne ein bisschen größer, also zwischen Pico 4 und Quest 3. Ihr habt aber natürlich die besseren Software-Erlebnisse auf der Quest 3. Das ist immer noch so ein Manko bei Pico, da bin ich auch ganz ehrlich. Und ihr habt natürlich hier auch den älteren Chip drin. Auch gar keine Frage, aber der neue Chip muss sich natürlich auch erstmal beweisen. Es gibt noch keine Exklusiv-Inhalte, nur für die Quest 3. Aber das wird kommen, da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber es ist natürlich auch eine Sache des Geldes. Also man bekommt hier für 399 immer noch ein sehr, sehr cooles Headset, was mit der Quest 3 auf dem einen oder anderen Level locker mithalten kann. Nicht bei allem, aber mithalten kann sie hier und da noch. Gar keine Frage. Und die neue Pico steht natürlich auch schon in den Startlöchern. So, ich packe das einmal wieder weg. So, da ist er wieder. Ja, das ist also wie gesagt die Frage, wo komme ich her von der Quest 2 oder von der Pico 4 oder von beiden. Dann sieht man natürlich das eine oder andere mit ein bisschen anderen Augen und hat auch vielleicht ein bisschen andere Meinung. So, und jetzt nochmal ganz rundum einfach ein Fazit zur Quest 3. So, jetzt habe ich sie hier nochmal. Ich habe alles erzählt, wahrscheinlich alles wieder ein bisschen durcheinander. Hat nicht alles so ganz zum Thema gepasst. Das eine oder andere ist mit zwischendurch noch eingefallen. Aber, ich kann so viel sagen, wenn ihr die 549 in die Hand nehmen wollt, bekommt ihr das beste Standalone-Headset derzeit. Also, da gibt es nichts dran zu meckern. Es ist nicht perfekt. Kein Headset ist perfekt, Leute. Aber das Ding hat mich dann trotzdem positiv überrascht. Das muss ich wirklich sagen. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mich frage, warum hat man es gemacht? Also, das mit dem Zubehör, das finde ich eine absolute Sauerei. Da bin ich auch ganz ehrlich, dass man da wirklich absolut gar nichts benutzen kann. schon gar nicht hier irgendwelche Kopfhörer. Ja, das finde ich schon irgendwie ein bisschen mäh. Und ich hätte mir die Anschlüsse wirklich im Gehäuse gewünscht und hier nicht an diesem Steg. Ja, das Rundum-Paket, wenn man das so geliefert bekommt, also die Maske müsst ihr tauschen. Also, das geht irgendwann, ist nicht schön. Es saugt sich voll und es, ja, es fühlt sich auch ein bisschen kratzig im Gesicht an. Und der Headstrap, ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr drüber diskutieren. Da muss was Neues her. Also, ihr müsst da noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber alles andere ist schon sehr, sehr cool. Abgesehen vom Mikro-Pass-Through, wie gesagt, schraubt ein bisschen die Erwartungen runter. Dann könnt ihr damit auch Spaß haben. Also, es ist kein glasklares Bild, die Durchsicht, ja. Das ist so. Deswegen kostet die Apple Vision Pro auch ein bisschen mehr. Klar, der Apple-Bonus ist oben drauf. Aber es hat schon seine Gründe, warum das Ding, ja, ein bisschen mehr Geld kostet. Ja, ein bisschen ist gut, aber, ja, es ist so. Ne, kann man wirklich machen. 599 für 512 GB. Wenn ihr viele Spiele, ja, lagern wollt auf eurem Headset, empfehle ich euch natürlich. Diese ist nochmal 150 Euro on top. Ich finde diese Speicherlösung jetzt nicht so mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit 128 GB auf 512. Da hätte ich mir, ja, so 256, 512 gewünscht. Aber das haben viele von euch. Habe ich schon gelesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wird sich jetzt Meta nur auf Mixed Reality konzentrieren? Weil damit wird das Ding ja vermarktet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, das ist zur Zeit, ja, Werbe Nummer 1, ne, womit Meta hier am Rühren ist und am Trommeln ist. Eine Mixed Reality auf einem neuen Niveau. Es ist die beste Mixed Reality-Erfahrung derzeit. Aber das heißt ja lange nicht, dass sie sehr, sehr gut ist. Das muss man auch so sehen. Aber für den Preis ist das schon okay, was man da bekommt. Es ist ein würdiger Nachfolger der Quest 2. Die Quest 2 habe ich auch direkt in Rente geschickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde alles nur mit der Quest 3 machen. Und sie ist besser, wie ich erwartet habe. Auch da bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, hier und da hat sie halt so ein paar kleinere Mankos, mit denen man aber leben kann. Vieles ist aber auch so eine eigene, ja so eine eigene Geschichte. Mag man es, mag man es nicht. Oder sagt man, hey, da übertreibt er wieder. Und andere sagen, das hast du jetzt vergessen, das gefällt mir auch nicht und so weiter. Also wie gesagt, mit den Anschlüssen, dass man die hier so bewegen kann. Ob das jetzt so ein, ja, ob das sein musste, weiß ich nicht. Weil alle elektrischen Bauteile, die beweglich sind, ja, laufen natürlich Gefahr, dass sie irgendwann verschleißen. Das ist völlig normal. Das ist nicht nur bei der Meta Quest so, das ist bei allen Geräten so. Ne, aber ihr könnt ruhig zuschlagen, aber wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Was ich ein bisschen schade finde, ist wie gesagt, dieser Headstrap, wenn man jetzt einen Neueinsteiger damit abholen möchte, also der hat vorher noch gar nicht gespielt, weder mit der Quest 2, noch mit der Pico 4, also er kauft sich jetzt als allererstes Headset diese Quest 3, bekommt er ein gutes Bild, ein gutes Setup und so weiter, aber er bekommt einen, ja, ich sag jetzt mal, beschissenen Headstrap dabei. Das Ding wird ein Neueinsteiger erschrecken, ja, also er wird sich das aufsetzen, wird sagen, ja, es ist aber unbequem und so weiter und damit geht er direkt schon mal wieder einen Schritt zurück, weil man möchte ja solche Leute auch von Virtuality und Mixed Reality überzeugen und das kann man mit so einem Headstrap nicht. Also ich hätte mir ein Minimum gewünscht, ein Elite-Strap, es muss kein super teures sein, aber wenigstens eine Art Elite-Strap hier hinten zum Drehen und so weiter, kennt ihr in der Standardausführung der Quest 3. Das hätte ich mir wirklich, wirklich gewünscht. Hätte man vielleicht den Preis nochmal eventuell ein bisschen angehoben, also nicht diese 80 Euro, hätte man vielleicht gesagt 599 für die kleine Version und dann halt 749 für die große, ja, ich weiß es nicht oder man hätte den Preis so gelassen, hätte das Ganze auch nochmal subventioniert, aber da stecke ich nicht drin. Ich weiß nicht, was das Ding jetzt hier wirklich in der Herstellung kostet, wie viel Meter wirklich on top bezahlen muss, weil es ist schon eine coole Technik hier drin, gar keine Frage. Ich persönlich hätte mir den Akku hinten gewünscht, bin ich ganz ehrlich, weil wenn man das auch gewohnt ist von der Pico 4, dass vorne das Headset so ultra leicht ist, ja, das möchte man dann irgendwann auch nicht mehr missen. Klar, wenn ich jetzt hier hinten wieder einen Akku mit dran hätte, hätte ich ein Gegengewicht, müsste ich aber jetzt 150 Euro bei Originalware auf den Tisch legen, um einigermaßen dieses Gefühl wieder hinzubekommen, ja, also ihr merkt schon. Aber unterm Strich, ja, soll ja ein Fazit sein, ich bin schon wieder abgeschweift so ein bisschen, ich weiß, aber unterm Strich bekommt ihr für euer Geld ein Spitzenheadset, also da müssen wir uns nichts vormachen. Ein super geiles Upgrade zur Quest 2, nimmt aber auch, wie gesagt, softwaretechnisch, ja, das eine oder andere Manko wieder mit, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber vom Bild, Field of View, von der Durchsicht, also sind das wirklich Quantensprünge nach vorne, gegenüber der Pico 4 sind es, ja, hier und da Nuancen, wo es besser ist, ja, da muss man jetzt nicht direkt wechseln, außer man möchte natürlich ein besseres Softwareangebot, hier ist Meta nach wie vor ungeschlagen, gar keine Frage, aber kann man machen. Also Test bestanden, es ist aber nicht so das Hype Headset, aber es ist derzeit das bestest Standalone Headset, ja, das möchte ich auch nochmal loswerden, also ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit eurer Quest 3, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber wie gesagt, in einer Woche, kann man natürlich auch das eine oder andere übersehen und auf technische Zahlen habe ich jetzt hier verzichtet, ich glaube, die sind hinlänglich bekannt. Ja, dann schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu Quest 3 sagt, was hat euch zum Beispiel total positiv überrascht, wo ihr sagt, hey, das hast du jetzt wieder so erzählt und ich finde das viel, viel geiler, wie du erzählt hast und, oder hast du wieder was falsch erzählt, ja, also was euch so wirklich mega abgeholt hat bei der Quest 3, dann würde mich natürlich auch interessieren, was hat euch enttäuscht, ja, also wo habt ihr wirklich mehr erwartet und sagt, nee, das ist jetzt doch nicht so ganz der Kracher, da hätte vielleicht ein bisschen mehr kommen können, können und vielleicht auch noch, wenn wirklich Pico User jetzt dabei sind, die Gedenken zu wechseln oder sich das Ding parallel zu kaufen oder vielleicht auch schon beide Headsets gleichzeitig betrieben haben, schreibt auch hier gerne mal eure Vergleiche, ja, in die Kommentare, das würde mich wirklich mega, mega interessieren und wenn gewünscht, können wir natürlich auch das Ganze nochmal in einem Livestream machen und uns wirklich, ja, unterhalten über das Headset, also nochmal andere Meinungen mit reinholen, ja, würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt all das mal, wie gesagt, hier unten in die Kommentare, ich werde mir das alles durchlesen und natürlich auch alles beantworten. Wenn ihr noch mehr diskutieren wollt über dieses Headset, ja, oder über diesen Vergleich und so weiter, dann joint jetzt gerne unseren Discord-Server, der Link zu unserem Discord natürlich, wie immer, unten in der Videobeschreibung zu finden, joint, wie gesagt, gerne, mittwochs treffen wir uns jetzt immer zum Chat, ja, da bin ich dann auch öfters dabei, kann man nochmal reden, ansonsten können wir natürlich schreiben, gar kein Problem. Ich freue mich auf euch und die Community sowieso. Ja, dann hoffe ich, dass ich eure Erwartungen erfüllt habe mit meiner Meinung zur Quest 3, ich werde sie jetzt mit viel Freude nutzen, ja, als Arbeitsgerät, wie gesagt, weiß ich noch nicht, das muss ich noch ein bisschen herausstellen, was die Aufnahme angeht, aber ich habe da so leider meine Befürchtungen, aber sei es drum, ich habe es bei der Quest 2 irgendwie hinbekommen, dann werde ich es auch bei der Quest 3 hinbekommen, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht bin in dieser Richtung. Gut Leute, dann weiterhin viel, viel Spaß mit eurer Quest 3, ob ihr jetzt Mixed Reality zockt, ja, oder Virtual Reality oder beides, ich wünsche euch das auf jeden Fall von ganzem Herzen, ist ein tolles Headset, kann man tolle Stunden mit verbringen und jetzt mache ich Schluss und ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017